Hi, ich bin Quentin, 24, und ich liebe Eis. Deswegen stehen wir hier heute an einem meiner Lieblingsorte im Leipziger Süden, nämlich der Eisdiele, wo ich früher häufig mit meiner Familie war und wo ich auch heute noch gerne hingehe. Studiert habe ich Deutsch- und Gemeinschaftskunde auf Gymnasialehramt, dann ein Jahr an der politischen Bildungsarbeit gearbeitet und jetzt bin ich derzeit im Bundestagswahlkreisbüro der Grünen hier im Süden tätig. Ich brauche diesen Sommer wieder häufig die hier, nämlich die Gießkanne. Ich bin Projektleiter von Leipzig-Gieß. Neben anderem Engagement beispielsweise war ich im Jugendparlament und im Stadtbezirksbeirat. Wenn ihr also Fragen habt zu Stadtbäumen oder natürlich auch allen anderen politischen Fragen, schreibt mir gerne zum Beispiel auf Insta.